Einmal im Jahr bekommt die Igelmutter Was würdest du gerne kaufen? Licht. Chips. Eins plus neun ist zehn. Zwei plus neun ist zehn. Hast du schon was gemacht? Ja. Du hast uns wunderbar unterhalten. Fertig. Das findest du witzig. Drei plus sieben ist zehn. Ich bin doch nicht Deutscher, dass ich so gut Deutsch kann. Wenn ich so gut Deutsch kann... Keiner ist hier da. Das findest du. Die sagen von mir, dass ich nicht Deutsch kann. Und ich beleide mich nur so einfach schubsen und so. Vier plus sechs ist zehn. Ja, aber du hast auch die Muttersprache nicht richtig gelernt. Nein, das ist aber die... Aber danach... Lassen Sie mich jetzt ausreden. Zehn plus null ist zehn. Freikir, ich komm jetzt. Ich bekomme die Muttersprache nicht mehr so einfach nicht mehr. Ich bin nur so schnell. Ich bin nur so schief und freier. Ich bin nur so extrem. Ich bin nur so schnell. Vielen Dank.